Hallo liebe Leute, Grüße von Witz von Ludger. Heute der dreckige Sexwitz. Moment ist immer weit. Hallo liebe Leute, Grüße von Witz von Ludger. Heute der dreckige Sexwitz. Und zwar ist der von Noah. Grüße gehen von Alexander und seinen Neogang. Und der hat mich mit sich über E-Mails gesagt. Könnt ihr auch, dann könnt ihr noch zwei von euch grüßen. Und der dreckige Sexwitz, der geht so. Ein Pärchen beim Sex, sie fängt an zu stöhnen, gib's mir, sag mir was dreckiges. Und er dann, Bad, Wohnzimmer, Küche. Ein Pärchen beim Sex, sie fängt an zu stöhnen, gib's mir, sag mir was dreckiges. Und er dann, Bad, Wohnzimmer, Küche und Erklärung sind beim Sex. Und er soll was dreckiges sagen, wie Schwanz, Hinterbumse oder sonst was da, ne. Und er sagt dann, Bad, Küche, Wohnzimmer, also was noch dreckig ist, was man noch sauber machen soll. Macht bestimmt Spaß beim Sex dann, wenn man an dreckige Sachen denkt, die noch sauber zu machen sind. Okay, ciao, Kao, bitte abonnieren.